einen wunderschönen guten tag liebe leute wir machen es heute mal quick and dirty was schauen wir uns an wir schauen uns die gdp daten an die neu rausgekommen sind die auswirkungen auf den leitzins und dann eben noch mal kurz den smp 500 kurs denn wir haben ja mai und es gibt ja dieses wundervolle sprichwort sell in may go away wir schauen uns an was daran sein könnte dieses jahr dann zum thema krypto haben wir den bitcoin kurs dabei und ich habe noch eine mega coole insider empfehlung ganz zum schluss steigen wir mal ein also was waren die wichtigsten wirtschaftsdaten der letzten woche wir haben das gdp quartal über quartal aus den usa bekommen sowie auch aus deutschland und der eu wir haben auch die year-over-year-daten allerdings sind die quartal über quartals zahlen besonders spannend denn man spricht von einer technischen rezession sofern sich das gdp also das brutto inlandsprodukt zwei quartale in folge im abschwung befindet und hier sehen wir jetzt bei den united states gdp growth rate daten dass wir jetzt da im zweiten quartal in folge in einem abschwung sind also wir hatten eben vor zwei quartalen 3,2 jetzt vorletztes quartal 2,6 und jetzt letztes quartal januar bis märz 1,1 prozent und das bedeutet wir befinden uns jetzt zwei quartale in folge in einem abwärtstrend das spricht dafür dass die usa wirklich jetzt doch schon immer deutlicher auf die rezession zusteuert in deutschland ist es nicht ganz so schlimm wir spielen immer ping pong wobei man sagen muss wir sind schon um einiges niedriger als in den usa nur haben wir eben keine zwei quartale in folge einen negativen trend in der eu schaut ähnlich aus auch da können wir uns knapp über wasser halten können da immer ein bisschen ping spielen von 06 auf 09 dann wieder auf 04 gut dann runter auf null da waren es tatsächlich doch zwei quartale in folge aber jetzt immer immerhin von null wieder auf 0,1 nach oben gekommen also die wirtschaft kühlt hier doch äußerst deutlich merklich und sichtbar ab und zu allem übel kommt dann noch die bankenkrise dazu jetzt dann die nächste pleite die first republic bank hatte angekündigt dass sie im ersten quartal einlagen abflüsse von 100 milliarden us dollar zu verzeichnen hatte das ist natürlich einiges sorgte natürlich dann dafür dass die aktie abgestoßen wurde sorgte dann dafür dass der kurs der aktie in den keller fiel und ihr wisst ja dass solche dinge dann manchmal kaskadeneffekte auslösen können jetzt soll die first republic bank noch dieses wochenende verkauft werden bin gespannt wie es jetzt weitergeht dann nächste woche denn wir haben nächste woche natürlich auch eine sehr gewichtige woche uns erwarten die nächsten zinsentscheide sowohl von der fed wie auch von der ezb und da gibt es jetzt schon die ein oder andere schlagzeile dazu dass die zentralbanken hier ihre anhebungen verlangsamen beziehungsweise darauf verzichten ja ob das wirklich so sein wird das werden wir spätestens ende nächster woche wissen schauen wir mal was der markt so erwartet also aktuell gerade auch bei der ezb sieht es so aus wird erwartet zumindest von bloomberg analysten dass wir bereits ende diesen jahres wieder die ersten zinssenkungen sehen und dass wir jetzt noch mal ein bisschen hoch kommen und dann bei 3,75 prozent im juli peaken werden bei den usa hatte ich ja in einem meiner letzten videos bereits diesen chart hier gezeigt an der stelle gehen die meinungen des marktes und die meinungen der fed so ein bisschen auseinander wir haben uns dazu auch mal den financial conditions index angeschaut ich hatte da anfang februar angedeutet beziehungsweise ganz konkret gesagt dass ich der auffassung bin dass wir da nach oben drehen beziehungsweise ganz konkret dass die indizien darauf hindeuten dass die financial conditions in den usa jetzt doch etwas strammer werden jetzt haben wir aktuell gerade den fall dass wir im april jetzt wieder etwas laschere financial conditions sehen hat natürlich unter anderem auch damit zu tun dass jede menge banken so ein bisschen in trouble geraten und dann natürlich auch so ein bisschen laschere financial conditions schon helfen dass das bankensystem nicht sofort komplett kollabiert doch wenn wir uns jetzt mal die prognose für die zinsentscheidungen anschauen dann sehen wir doch das aktuell über 80 prozent der analysten der auffassung sind dass die fed ihre zinsen jetzt auch wieder um 0,25 prozent erhöhen wird schauen wir uns das ganze für die ezb an sehen wir auch also erwartet wird aktuell auch in europa in der ezb eine zinsanhebung von 0,25 prozent schauen wir jetzt mal auf das fed board für ende diesen jahres also was sagt die fed selbst wo sie sehr wahrscheinlich ende diesen jahres stehen werden und da haben wir fast schon eine gaussche normalverteilung und deswegen gehe ich persönlich mal von diesen 45 bis 475 aus was jetzt dann schon noch mal auch ein bisschen niedriger wäre als jetzt der aktuelle stand also wir werden wohl noch ein paar zinserhöhungen sehen eine oder zwei vielleicht im laufe des jahres aber werden auch sehr wahrscheinlich schon zinssenkungen sehen im laufe diesen jahres und dann am 13 dezember 23 beim letzten fed meeting diesen jahres so ist zumindest aktuell die erwartung der fed dass wir dabei 45 bis 475 stehen werden ja mittel bis langfristig ist das natürlich bullig für aktien aber wie schaut es jetzt kurzfristig aus wir haben hier den s&p 500 auf dem wochen chart und es gibt ja wie gesagt diesen spruch sellen may go away das hat damit zu tun dass die periode von mai bis september an der börse zumindest gemessen am s&p 500 eine der schlechtesten perioden ist und wenn wir uns jetzt den s&p hier mal anschauen wir kommen hier von diesem tief gehen hier hoch bilden dann ein höheres hoch bilden hier dann noch mal ein höheres tief noch mal ein höheres hoch hier dann noch mal ein höheres tief und sind jetzt gerade dabei hier zu kämpfen und können dieses letzte hoch aktuell zumindest noch nicht überbieten das kann jetzt ganz gut ausgehen das kann allerdings auch so ausgehen dass wir quasi hier abgelehnt werden und dann noch mal hier runter kommen und dann weiß man natürlich nicht ob diese linie halten wird oder je nachdem bei steigenden arbeitslosen zahlen wenn die immer weiter abkühlende wirtschaft dann tatsächlich auch mal an den finanzmärkten an der börse ankommt dass wir vielleicht tatsächlich noch mal hier runter brechen das könnte zum beispiel so ein szenario sein dass ich mir gut vorstellen könnte und schauen wir mal nach wie das ungefähr für den bitcoin aussehen könnte der bitcoin auf dem tageschart zeichnet ein ähnliches bild ich hatte es ja bereits vor zwei wochen gesagt bin immer noch der auffassung dass wir hier noch mal vielleicht die 25k sehen werden auch hier sind wir gestartet sind hier hoch haben dann ein höheres tief gebildet haben ein höheres hoch gebildet und jetzt fehlt mir tatsächlich so ein bisschen das höhere tief das hier das könnte natürlich ein höheres tief sein ist es meiner auffassung nach noch nicht unbedingt ich würde hier schon erwarten dass wir hier noch mal auf die 25 24 runter kommen irgendwo in diesem bereich bevor wir dann wenn überhaupt wieder nach oben durch starten auch hier gibt es natürlich die option dass wir an der stelle durchbrechen und vielleicht noch mal die 20k oder ähnliches antesten je nachdem keiner hat eine glaskugel wie das dann in zukunft aussieht allerdings würde ich mir hier mindestens noch mal ein höheres tief so im bereich der 25k wünschen und sogar erwarten ja dann hatte ich euch ja auch noch einen insider versprochen ich habe hier was sehr spannendes bei twitter gefunden auf dem account von juliane hops und zwar geht es hier um einen super coolen coin namens dfi und dieser dfi coin da gibt es auch noch so ein d usd coin und da habe ich gesehen da kann man jetzt vergünstigt günstig kaufen ich habe mir das ganze mal direkt auf coin market cap angeguckt so jetzt im verlauf wie zum beispiel dieser quasi dezentralisierte us dollar seinen wert behält also ursprünglich war angedacht dass dieses dieser token hier einen us dollar hält er ist jetzt quasi auf runter auf 42 euro cent also ist ein krasser rabatt den wir da jetzt aktuell gerade sehen das bedeutet ihr könntet jetzt quasi mit 60 prozent rabatt diesen d us dollar coin kaufen aber bitte das ist keine finanzanlage prüft bitte genau was ihr da tut also ich persönlich bin jetzt noch nicht eingestiegen bin aber krass am überlegen vor allem wenn ich mir dann mal diesen 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 defi chain dfi coin anschauen also token coin weiß gar nicht was genau jetzt ist wenn wir hier mal gucken was 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 dieses projekt so im letzten jahr erreicht hat wirklich von vier euro in der spitze sind wir jetzt runter auf 41 cent und da an der stelle gerne mal beim twitter account von der juliane hops vorbeischauen und an der stelle hier dann vielleicht ja eventuell einsteigen ich weiß ja nicht das das müsst ihr dann für euch entscheiden ja das war es schon wieder mit diesem video ich habe noch ein cooles fundstück für euch mit dabei und zwar das neue buch die orange pille von ioma mangold ist ein wirklich astreines bitcoin buch jetzt schon spiegel bestseller wobei nee sorry ich sehe gerade es ist nur ein bestseller autor das buch ist noch kein bestseller also könnt ihr dazu beitragen dass das buch ein bestseller wird so ihr das denn wünscht und in diesem sinne wünsche ich euch was ich sag bis bald und ciao ciao und